Bisher haben wir in dieser Serie immer nur danach gefragt, wie wahrscheinlich es ist, genau 4, genau 6, genau 2 Erfolge zu erzielen. In den meisten Problemen fragt man aber eher danach, wie wahrscheinlich es ist, dass man mehr als 4, mindestens 6 oder höchstens 2 Erfolge, höchstens 2 gelbe Kugeln aus der Urne zieht. Diese Keywords, mindestens, mehr als und höchstens, wirst du immer wieder im Zusammenhang mit der Binomialverteilung finden. Ein guter Anlass zu studieren, woher diese kommen und wie man mit ihnen umgeht. Diese Einzelwahrscheinlichkeiten, also beispielsweise genau 2 Erfolge, die kannst du bereits mit der Bernoulli-Formel berechnen. Dazu müsstest du wissen, wie oft das Zufallsexperiment wiederholt wird und wie groß die Erfolgswahrscheinlichkeit bei jeder Wiederholung ist. Im Histogramm links kannst du diese Wahrscheinlichkeit sogar direkt ablesen. Sie liegt bei ca. 31,10%. Um die Wahrscheinlichkeit für höchstens 2 Erfolge zu berechnen, müssen wir uns erstmal fragen, was das höchstens überhaupt in der Mathematik bedeutet. Und da orientieren wir uns erstmal außerhalb der Mathematik. Du sitzt in einem Auto und siehst vor dir ein weiteres mit einem auffälligen Fahrstil. Und tatsächlich, bei einer Verkehrskontrolle hat der Fahrer 0,7 Promille Alkoholgehalt im Blut. Und das, obwohl in Deutschland maximal 0,5 Promille zugelassen sind. Zwei Dinge für dich zum Mitnehmen. From zero to hero. Am besten, du bleibst dem Teufelszeug fern und bist mit 0 Promille unterwegs. Und zweitens, fahren darf nur der, der höchstens 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut hat. Diese höchstens 0,5 Promille entsprechen damit so etwas wie einer Obergrenze. Wenn im Blut ein Alkoholgehalt festgestellt wird, der kleiner als 0,5 ist, beispielsweise 0,1 oder 0,3 Promille, kein Problem. Höchstens 0,5 heißt auch kleiner als 0,5. Und selbst ein Alkoholgehalt von genau 0,5 Promille erfüllt den Begriff höchstens. Solange der Alkoholgehalt also Werte von 0,5 oder kleiner aufweist, ist man auf der sicheren Seite. Höchstens zwei gelbe Kugeln zu ziehen, notieren wir auch hier mit diesem kleiner Gleichzeichen. Die Bedeutung ist dieselbe. Entweder du hast genau zwei Erfolge, nur genau einen Erfolg oder, das kann natürlich auch passieren, du hast gar keinen Erfolg. An der Stelle lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein Blick links ins Histogramm. Die Wahrscheinlichkeit für höchstens zwei Erfolge ist dort nämlich nichts anderes als die Summe der ersten drei Balken. Und zumindest in diesem einfachen Fall können wir die Wahrscheinlichkeit für höchstens zwei Erfolge auch berechnen. Jede Einzelwahrscheinlichkeit berechnet sich aus der Bernoulli-Formel und tatsächlich müsstest du alle drei Zeilen separat in den Taschenrechner eintippen und alles zusammen addieren. Dieses Aufsummieren von Einzelwahrscheinlichkeiten ist der Namensgeber für den Titel des heutigen Videos. Im Diagramm rechts passiert nämlich nichts anderes. Das Aufsummieren wird dort durch Stapeln einzelner Balken erreicht. Während im Histogramm links die Wahrscheinlichkeit für beispielsweise genau drei Erfolge, also nur aus einem Balken besteht, werden daraus im Diagramm rechts insgesamt vier Balken. Und zwar die Balken für keinen, einen, zwei und drei Erfolge. So häufen sich die Einzelwahrscheinlichkeiten aus dem Histogramm links zur sogenannten summierten Wahrscheinlichkeit an. Und wie üblich hat man sich aus dem Lateinischen dafür noch einen fanzigen Namen geklaut. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung rechts bezeichnet man als kumulierte Wahrscheinlichkeit. Im Allgemeinen ist die Wahrscheinlichkeit, höchstens k Erfolge zu erzielen, durch diese kumulierte Wahrscheinlichkeit gegeben. Die Summe aller Einzelwahrscheinlichkeiten bis zur Obergrenze k. Und apropos Summe, wir Mathematiker schreiben sie etwas anders auf. Diese Schreibweise sollte natürlich enthalten, welches die kleinste Erfolgzahl ist, und sie sollte auch angeben, wo die Obergrenze liegt. Im besten Fall verrät sie auch, was man aufsummieren muss, die Wahrscheinlichkeit, jedes Mal genau Keinen, Einen, Zwei-Erfolge usw. zu erzielen. Jede dieser Einzelwahrscheinlichkeiten lässt sich nun mit einer Bernoulli-Formel berechnen, wobei n wie üblich die Anzahl der Wiederholungen, p die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einer Wiederholung und 1-p die zugehörige Misserfolgswahrscheinlichkeit ist. Sieht nach viel Schreibarbeit aus, aber zum Glück kürzt man die kumulierte Wahrscheinlichkeit häufig mit einem großen F und den drei relevanten Parametern ab. Wie viele Wiederholungen, welche Erfolgswahrscheinlichkeit bei einer Wiederholung und wie viele Erfolge höchstens erzielt werden sollen. Kurzes Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit für höchstens 12 Erfolge bei 25 Wiederholungen mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 0,4 beträgt in etwa 0,8462 oder 84,62%. Aber das ist doch ganz schön viel, höre ich Schüler oft als erstes fragen. Bedenke aber, mit der kumulierten Wahrscheinlichkeit summierst du die ersten 13 Balken von 0 bis 12, die ersten 13 Einzelwahrscheinlichkeiten auf. Da kann einiges zusammenkommen. Andersrum gedacht, die Balken, die noch fehlen, würden die kumulierte Wahrscheinlichkeit zu 1 ergänzen und deren Wahrscheinlichkeit ist mit bloßem Auge relativ gering. Ganz analog berechnet man die Wahrscheinlichkeit für höchstens 7 Erfolge, indem man in der Rechnung und im Histogramm die ersten 8 Einzelwahrscheinlichkeiten, die ersten 8 Balken, aufsummiert. Diese Wahrscheinlichkeit beträgt gerundet 0,1536 oder 15,36%. Und so kann man das dann prinzipiell mit jeder anderen Erfolgszahl machen. Merke dir also, dass bei der kumulierten Wahrscheinlichkeit die ersten Balken bis einschließlich dieser Obergrenze aufsummiert werden. Dann fehlt ja nur noch der Hinweis, wie man diese kumulierten Wahrscheinlichkeiten dann überhaupt berechnet. Bedenke, hinter jeder Einzelwahrscheinlichkeit steckt eine Bernoulli-Formel. Die für genau 0 Erfolge, die für einen Erfolg, die für 2 Erfolge und so weiter und so fort. Für höchstens 10 Erfolge sind dann 11 Einzelwahrscheinlichkeiten zu berechnen. 11 Mal diese Bernoulli-Formel in den Taschenrechner einzutippen. Halleluja! Die Leute vom Taschenrechner und Tafelwerk haben das aber zum Glück für dich übernommen und die kumulierten Wahrscheinlichkeiten im Taschenrechner mit einem Befehl und im Tafelwerk in Tabellen aufgeschrieben. Wie man bei den Tabellen aber nicht durcheinander kommt, sich in dem ganzen Zahlenwirrwarr orientiert und am Ende zum richtigen Ergebnis kommt. All das zeige ich dir im nächsten Video.